Und hast du deine Eltern gefragt wegen Übernachten? Meine Eltern haben Nein gesagt. Okay, alle zusammen im Sohnzimmer. Warum sind Übernachtungspartys so wichtig? Euer Kind lernt richtig viel und die ganze Wirtschaft wird wachsen. Was sagt euer Lehrer dazu, dass ihr unter der Woche beieinander schlaft? Und genau darum habe ich heute den Lehrer mitgebracht. Also mir ist es wirklich egal.